Den Heiligen Geist, der die Konzilien leitet, der auf die heutige Versammlung lenkt. Wir bitten ihm, dass er auf uns nichts fängt. Und unser Werk ein gutes Bellen erreiche. Der hohe Papst, der sprach zu uns. Engel des Friedenszeit, das Wort im Herzen traget, der auf die heutige Versammlung lenkt. Und unser Werk ein gutes Bellen erreiche. Und unser Werk ein gutes Bellen erreiche. Liebe Brüder, bei aller Demut, die den Christen ziert, seit heute eingedenkt. Wir sind die Blüte, alles Menschenfuß. Wir sind berufen. Und unser Werk ein gutes Bellen erreiche. Und unser Werk ein gutes Bellen erreiche. Er schließt im Heiligen Geist nicht eure Herzen. Er kommt zu uns, ja, ja, er kommt zu uns. Er gibt uns Weisheit, Friede, Heiligkeit, Erkenntnis, Liebe, Wahrheit. All dieses, alles ist bei uns. Und unser Werk ein gutes Bellen erreiche. Und unser Werk ein gutes Bellen erreiche.